Gegen den Team von Ellingen, zur Pause steht das Spiel 0 zu 1 zu führen. Nächster Kapitän, Thorsten Schönkopf, mit der Nummer 10, Philipp Schöhn-Franza, mit der Nummer 11. Ja, geht! Ja! 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 15. Spielminute-Tor für den TV-Nerlingen. Torschütze mit der Nummer 17, Ingo Franz. Nein! Ingo Franz! Ja! 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 Jetzt in spiel und dann … Oooooooo! extremes man! Jaa! 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 Jaaa! Tschüss, tschüss. Oh, stop it. Oh, stop it. Oh, stop it. Tor für die TSV Dinkengau, die TSV Gleichtungs-Team 1 zu 1, Torschütze mit... Gleichtungs-Team 2, Torschütze mit 2 Einwohnern, Schoja! Jawohl, sieh gut! Jolla ist her! Jaaa! Jaaa! Bonjour! Hey! H swa! Umpa, 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 Dette! Dette! Ja, das war ein typisches Derby, das hat alles beinhaltet, was so ein Derby beinhaltet. Ich habe jetzt erst die Truppe 1,5 Trainingseinheiten gehabt und in die ersten Halbzeit, haben wir wirklich aus einer guten, kontrollierten Defensiv, haben wir wirklich gut nach vorne gespielt und hätte vielleicht das ein oder andere Tor erzielen können. Im zweiten Halbzeit hatten wir überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Hat Denkendorf uns im Mittelfeld wirklich gut gepresst und hat das Spiel in unserer Hälfte verlagert und wir haben keine Antwort mehr gefunden. Und natürlich haben bei uns auch das Spiel ein bisschen körperliche Defizite. Das hat man einfach gesehen und deswegen haben wir es einigermaßen durch die Auswechslung noch ein bisschen kompensieren können. Aber ich meine, zum Schluss war der Sieg noch glücklich, weil die Denkendorf hätten zumindest einen Unschied verdient gehabt aufgrund der zweiten Halbzeit. Jetzt mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden, das war ganz okay. Ich denke, wenn man eigentlich jetzt sieben Spiele in Folge verliert, ist trotzdem nichts für selbst dran, das hat man der Mannschaft auch angemeldet. Ich bin jetzt so eingesprungen für die letzten acht Wochen. Ich bin im Verein verbunden und wenn in der Familie jemand krank ist, hilft man gerne. Das mache ich auch in der Basis. Und ich denke, dass die Jungs schon ein bisschen wieder auf den richtigen Pfad führen können, weil dass sie kicken können, das sieht man. Und wir müssen es halt über 19 Minuten hinkriegen. Und das ist halt die Basis. Aber das hat glaube ich jeder gesehen, was wir bei uns haben. Da müssen wir eben vielleicht schon arbeiten. Und dann denke ich, dass wir auch ein bisschen Abschied umsetzen haben. Ja gut, also ich denke, über die 90 Minuten waren wir schon die aktivere Mannschaft, haben mehr investiert ins Spiel, mehr Ballbesitz gehabt. Die erste Halbzeit war es in Teilen zu nachlässig, entscheidende Situation. Und da war Nellingen über die Konter schon gefährlicher, haben wir schlecht unterbunden. Auch nicht ganz unverdient in den Rückstand geraten. Nach der zweiten Halbzeit haben wir es gut gespielt, engagiert gespielt. Waren schneller, waren spitziger, haben viele, viele Möglichkeiten gehabt. Guter Torhüter vom Gegner, auch zwei Innenverteidiger, die da immer wieder geklärt haben. Aber unterm Strich, denke ich, war mir dem 2-1 wesentlich näher. Und wie so oft ist dann halt wieder so eine Nachlässigkeit, die uns die ganze Zeit schon verfolgt. Wenn vier Schwarze gegen acht Weiße im Strafraum ungehindert zum Torschuss kommen, dann sind es einfach individual-taktische Dinge, die da einfach nicht passen. Genauso beim 1-0, wo wir da auch das Ding eigentlich schon vorher klären können. Also wir haben den Gegner im Prinzip zu den zwei Toren eingeladen. Der musste da wenig rausspielen oder wenig investieren. Und deswegen ist es unterm Strich einfach bitter, dass man so ein Spiel abgibt.